Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, 16. Februar 2024, wir haben einen keltischen Saturn-Tag, einen keltischen Samstag, am Kalender am falschen ist ein Freitag und hier entfleucht uns schon beinahe einer, aber wir erwischen ihn noch und schauen wir mal, was da hinten rauskommt, an mörderischer Chemie, fliegt relativ hoch, ist aber sehr eifrig zu beobachten, also hier tut sich was, ich gehe hier mal zurück, zoome auch zurück, schauen wir, ob wir noch jemanden erwischen, weil wir wissen ja, ein Mörder kommt selten allein und hier ist auch schon der nächste und der nächste, also hier haben wir interessante, alle sehr weit weg, ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt in Schwächert aufsteigen, ob die nicht schon aus der Slowakei kommen, bin sicher, da gibt es wunderbare internationale Verträge, die das regeln, wie man mit den Goyim umzugehen hat, ja genau, aha, was habe ich da gesehen, gut, schauen wir nochmal, Scharfstellung bitte, zurück, 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 33, 25, 20, 18, so, sind wir wieder da, probieren wir es noch einmal, die Nummer 3 hier, noch weiter weg, womöglich, aha, da sehen wir jemanden anderen, das habe ich ja gesehen vorhin, da fliegt noch ein Flugzeug, da fliegt jemand, hier, ganz schwer zu erkennen, hier, dieser Glanz, an dem erkennt man es, interessant, oder? Der eine sprüht, und der andere nicht, bemerkenswert, auch relativ weit weg, aber ich bekomme einen schönen Renn, und wir sehen hier auch einen ganz anderen Flugwinkel, der fliegt viel flacher, die anderen schauen, dass sie rasant an Höhe gewinnen, ja, der da unterhalb, also die beiden, ja, schauen wir, dass wir den nochmal reinbekommen, ah, das gelingt nicht, und ich schaue, dass ich nochmal den Flieger da finde, den ich vorhin da, im Visier hatte, schauen wir mal, ich habe ihn ein bisschen aus den Augen verloren, egal, ich beobachte mal so, über den Fotoapparat, ja, tut sich heute einiges, tut sich einiges, das ist, ich schaue nochmal, ob wir noch einen Aufsteiger finden, drei haben wir schon, ah, da könnte, da ist das einer der da quer, ein Querschläger oberhalb, oder ist das schon ein älterer Streifen, auf jeden Fall erkennen wir hier, dass es schon ziemlich dicht ist, ja, was man mit normalem freien Auge quasi nur als Nebelschwaden wahrnehmen würde, weil wir hatten Eis, das kann ich hier, würde ich sagen, schön belegen, also wir haben hier Eiskristalle am Dach, und ja, es hat Minusgrade gehabt, und man kann das mit Nebelschwaden durchaus verwechseln, aber das sind keine Nebelschwaden, aha, jetzt habe ich den Flieger drauf, den haben wir vorhin halt aus dem Auge verloren, das ist er, und der fliegt relativ flach, ja, schwer reinzukriegen, weil ich einen blöden Winkel habe, ich gehe nochmal zurück, aber ich glaube, der ist entfleucht, gut, macht nichts, geht sich hier mit der Dachkante nicht aus, ja, ich habe nämlich hier die Kante und hier ist die Scheibe, ich habe nur einen kleinen Schlitz zur Verfügung, also da habe ich Probleme, aber wir haben ihn gesehen, schauen wir, ob wir noch jemanden finden, aha, die beiden sind einander jetzt näher gekommen, offensichtlich, auch bemerkenswert, wie gesagt, sie steigen sehr hoch auf, das eine echte Passagierflugzeug, das ist in einen flachen Winkel geflogen, und die schauen offensichtlich, dass sie schnell große Höhe gewinnen, na gut, in dem Sinne, trotzdem einen wunderschönen, möglichst sonnigen, keltischen Saturntag, Ende.